Hallo, hier spricht der Pavel Dillinger. Ich arbeite für Deutsche Telekom und ich habe noch eine Version des Fast Cooker Monday. Und ihr wisst, meine Küche ist sehr spartanisch ausgerüstet. Ich habe nur eine Flamme und wir machen heute T-Bone Steak mit Kartoffeln. Ich habe Magenta Kartoffeln besorgt und dann gibt es noch ein bisschen Gemüse dazu, ein paar Morim und dann dieses schöne dicke T-Bones. Bis zum nächsten Mal.